Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, wir sind hier am Strandpalast und sind dabei, den zu renovieren. Hier oben sieht man schon die neue Decke und die neue Tür. Jetzt haben wir auch eine schöne Standuhr, die war auch noch nicht fertig. Genau, und jetzt gehen wir mal hoch, dann können wir schon sehen, was wir hier neu gebaut haben. Hier ist eine Treppe und hier ist alles neu. Seht ihr das? Das musste sein, weil uns der Platz zu eng wird. Und deswegen haben wir hier oben ein bisschen angebaut. Aber was man hier sehen kann, uns fehlen wieder leider schon wieder Grasplatten und die müssen wir uns jetzt erstmal besorgen gehen. Von den anderen Gerätschaften haben wir noch genug. Warte mal, was ich wohl machen könnte, wäre, ich hole mal diese hier und bringe die nach oben. Und dann räumen wir mal gleich ein bisschen auf. So, einmal hier hin. Und dann... Na, das sieht doch ordentlich aus. Ja, wir haben die großen Halterungen hier. Großen Plattenlager, meine ich. Die sind wirklich super groß. So, jetzt müssen wir mal gucken, haben wir da hinten noch genug Gras oder... Au! Was soll das denn hier? Jetzt überlege ich gerade, gehen wir da rüber? Ist da noch genug Gras oder müssen wir vielleicht... Ich glaube, diesmal müssen wir hier rüber. Ach ja, essen sollte ich auch mal. Ich glaube, das ist ein Beef Jerky. Ich glaube, das ist ein Beef Jerky. Ich glaube, das ist ein Beef Jerky. Ich glaube, das ist ein Beef Jerky, dass ich selber schoue gar nicht. senhor Safety. Das war's. Ach, die sind doch nervig. Der rostige Speer. Ach, das habe ich nur. Ach, das war's. 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 So, da haben wir wieder eine ganze Menge. Ach, das war's. So, und jetzt müssen wir mal gucken, also hier müssen wir auf jeden Fall noch, oh, das ist schief, ne? Ach, das ist schief, ne? Ach, das ist schief, das ist schief, ne? Ach, das ist schief, das ist schief, ne? So, weil da, so. So, weil da, weil der, so, weil da die Treppe dahinter ist. So, weil da die Treppe dahinter ist. So, da ist noch Stängel. Zack So, das ist alles schön Aber hier noch nicht So, das ist alles schön So, okay Ich roll noch mal eben das weg Zack So, ein bisschen aufgeräumt Jetzt müssen wir mal gucken Jetzt würde ich sagen hier auch Hier auch solche Solche Wände rein Dann machen wir das hier weg So, ja, ja, ja Wow, wow, wow So, ja, 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 ja So, das sieht doch ganz gut aus und dann bauen wir die natürlich, machen wir die auch gleich wieder zu. Vielleicht können wir das von oben besser. Was ich dabei immer vergesse. Ich könnte ja auch diese Biene nehmen, die kann man ja auch nehmen. Da brauche ich mich ja gar nicht so abkrebsen hier. Das kann man ja auch. Handwerkerfliege, das meine ich, die kann ja auch arbeiten. So, lass mich mal überlegen. Ich glaube, jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen was ändern hier oben. Die Wände hier. Weil das ist einfach Verschwendung. Wenn wir hier das so machen. So, warte mal, ich bringe das noch eben zurück. Super. So. Machen wir da noch eine Platte drauf. So, und dann noch die Fensterchen. Naja, und hier lassen wir so einen Balkon oder so erstmal. Oder sollen wir da auch einen Durchgang? Mal gucken. Ich kann das natürlich auch da anschließen. Könnte man auch. Hat mal ein bisschen mehr Platz. Genau, erstmal so machen. Und wie es dann hier angeschlossen wird. Müssen wir mal gucken. So, jetzt habe ich schon wieder keine Gräser mehr. Das geht ruckzuck. Dann sind die schon wieder aufgebraucht. 14, 11, 8. Das reicht wieder nicht. Und da habe ich zu wenig. Okay, also muss ich noch mal loslaufen. Dann machen wir das mal eben. Okay. 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 Okay, also. Hey, Fid. Hey, Fid. So. Hey, Fid. So, der ist auch schon wieder voll. Oh, hier liegen noch welche. Die schnappe ich mir noch. Die kann man ja noch so auf die Hand schnappen. Noch vier. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch. Das ist mal. Ja. Okay. So. So. So, und hier liegen da draußen auch noch welche, ne? Ein paar Platten sind mir so runtergefallen. Ja, mit dem Kamin müssen wir uns auch was überlegen. Der muss auch höher sein. Und jetzt bauen wir erstmal hier die Teile. So, und jetzt würde ich auch vorschlagen, machen wir den trotzdem höher. Nicht jetzt einfach gleich ein Dach drauf, dann ist das zu tief. Sondern auch höher. Das heißt, vielleicht einfach mal wieder diese anderen, diese Eichel, Quatsch, Eichel. Dreh ich den. Hier. Die Stängelfensterchen. Stängelwand. So, drauf. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Warte mal, und die lasse ich gleich auch wieder hier. Ja, und der Kamin, der muss dann auch höher. Die Stänger. Ich könnte das auch mit der Handwerkkabine machen, aber ich finde das Klettern cooler. Stängeln müssen wir sowieso dann wiederholen. So, das ist erstmal cool und jetzt müssen wir natürlich wieder ein Dach drauf bauen. Und da würde ich auch wieder diese Kledinger nehmen, quadratische Dachdecke. Das können wir jetzt tatsächlich mal mit der Biene machen. Dann ist das glaube ich doch besser. Und da würde ich jetzt mal wiederholen. Ähm, Moment. So, dann muss ich an dieses andere Menü. Dann brauche ich jetzt die, denke ich mal. Oder? Ja, auf jeden Fall hier schon mal. Und da. Hier ist die Frage. Dann würde ich mal hier machen. So. 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 So, jetzt müssen wir den Kaminen erstmal wieder abbauen. So, jetzt müssen wir den Kaminen. So, der Kamin, der Kamin, der muss auch noch höher als, guck mal, Kaminschornstein. So, und da, glaube ich, brauche ich wieder meine Biene. Ich mache den absichtlich ein bisschen höher. Ja. So, doch nicht höher. Aber hier, ne, da müssen wir bauen. Da müssen wir bauen. Da müssen wir bauen. So, da auch. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich hier einen Fehler gemacht habe. Ne, brauche ich nicht. Habe ich keinen Fehler gemacht. Das sieht ganz gut aus. Ja, das ist okay, oder? Können wir mal von der Seite gucken. Das wird doch langsam, ne? Das wird doch langsam. Und hier müssen wir uns noch was basteln. Aber so langsam kriegen wir da Struktur rein. Und hier das können wir auch schon bauen. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. reducing mir ist es normal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So, gefällt mir So halbwegs Gehen wir mal von unten gucken So, jetzt haben wir hier langsam Struktur drin Hier ist auf jeden Fall noch eine Lücke Die müssen wir noch zumachen Da überlegen wir mal wie Ich glaube einfach hier durchziehen Und dann hier noch ein Dach drauf Gucke ich mal Wie das mit dem Dach klappt Wie das mit dem Dach klappt Was brauchen wir denn Ach, ist ja schon dunkel, oder? Wie spät ist denn? 19 Uhr, ne, ist noch nicht dunkel Lass mal überlegen, wie können wir das denn hier machen? Hätte ich Ah, hier war ja so ein Hm Oder soll ich da noch Ich glaube, da mache ich einfach noch was anderes Drauf So Und hier dann so ein Dachstück rein Das ist jetzt nur nicht So ein Dreieckstück wahrscheinlich, ne? Und hier so ein Dachstück Und hier dann so ein Dachstück Dachstück Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020